Auf geht's Fragezeichen sammeln! Ziviler Hafen von Peirajos. Das ist heute unser erstes Ziel. Ach, das sind zwei. Etwa wieder so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen hier. Gehört hat das Gemetzel wie immer keiner? Nee. Nein. Nein. Okay, ich dachte, das war's auch. Okay. Es ist mittlerweile zwei Wochen her, dass ich das Spiel das letzte Mal in der Hand hatte. Jetzt Menschen bester Freund, junge Griechen nahmen ihre Hunde überall hin mit. Vorsicht, niemand darf mich sehen. Ja, 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 ich bin ja schon weg. Ja, zu langsam. Malakka! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dikaborat! Oh. Ja, ja, ja. aus dem ja auf stadt meine letzten worte noch einer der hat gesessen fängt heute schon wieder super an hier na wo denn aber noch irgendwo was sein Hmm. ja boider stimmte feuerchen irgendwo in der nähe da ist doch schon eins da machen wir die funzel an sondern schießen mal die funzel da rein so städte alle ungünstig genau da mal alle rüber oder hoch seine leiter ja kraften jemals auch noch mit so offen abgeschlossen dann synchronisieren wir erstmal ein bisschen man soll nämlich da erstmal suchen hier wird ein dachdecker benötigt tempel des asclepios mein gott lesen ist heute wohl auch nicht meine stärke hier Oh, 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 oh. Der Ausblick ist schon nice. Das war so schön wie von meinem Wohnzimmer aus. Ach, du gehst mir auf den Schlips. Du gehst mir jetzt schon auf den Schlips. Da oben. Da bist du ja. Das war so schön. Das war so schön. Das ist schon wieder 50 Millionen gegen einen. Das ist doch schon wieder... Das war so schön. 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 Das war so. Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön. Das war so schlimm. Oh, wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay. Nein! Ich muss gerade ausweichen. Im Antiken Griechenland war die Schlachtmänner dominiert. Aber nicht ausschließlich. Im 5. Jahrhundert stand Artemisia. An Xerxes Seite und Hüten hat zerstörte persische Schiffe. 5. Jahrhundert. 5. Jahrhundert schon. Ich hätte jetzt später geschätzt. Wir suchen das Ganze noch einmal. Bloß nicht sehen lassen. Bis dann. Höchst! Höchst! Was ist das? 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 Nein! Was ist das? 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 Mach dich mal nützlich, Icarus. Oh. Rapunzel steht im Turm. Ja? Einen Moment bitte. Ist gerade ungünstig. Ja, bin dabei. So, dann die Schlafmütze. So, das wird überraschend einfach und schnell. So, dann die Schlafmütze. So, dann die Schlafmütze. mag es aus ich schlag dich jetzt aus mein großer nein du musst lauter rufen das ist mir belohnung genug euer dank ich werde nur mit dank bezahlt die trachten klaue ich mir dann schon zusammen muss aber irgendwo ich glaube das war ja in dem türmchen rapunzelsturm einmal durchsuchen wieder ein fragezeichen weniger nachrichtentafel noch ein schmiederich mein gott hier wimmelt es nur so von schmieden nächste woche erscheint kalisto protokoll da freue ich mich schon sehr drauf ich bin sehr gehypt wenn ihr wenn ihr da auch einem stream interessiert seid dann sagt mir das doch bitte ich werde schauen dass ich es zeitnah irgendwie zwischendurch geschoben bekomme agora die karost das ist doch mal bei art lassen schon wieder kopfdurch ich krieg die krise nimmst du die krise Der merkt nicht viel hier, der Döde. Ich bin halt ein heißer Dude, was soll ich sagen? Oh, die modische. Aber Mode ist nicht alles. Kannst du auch kämpfen? Oh. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ach du, drei. Ah, nee. Ich würd gern einmal. Äh. Stufe 38 ist mir dann doch ein bisschen zu heiß. Nehmen wir einmal die Truhe hier mit. Dann können wir auch das Fragezeichen abhaken. Hm? Oh. Oh. Das Chroma Lager. für zwilling entschuldigung können sie mir sagen wo ich ja kannst du dir hier raus nochmal der torhüter ja 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 ach so besiegt ich dachte gerade ein solcher getötet kommt ein neuer ja 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 ich ja so hätte die bauern tor hüten bleiben sollen was für den feuer gehört in die hölle gern die inseln noch zu ende erkunden bevor wir wieder in sie stechen tag tag hallo zusammen karros ja Okay. Welche Richtung guckt er? Guckt er zu uns? Ja. Das ist immer so schnell ginge. Wäre ich? Ich habe euch von gar nicht gesehen. Geh aus, geh aus! Hoch mit dir! Ja, Flut! Moment, ich gehe gleich weiter. So. Oh. Da steht noch einer. Die machen wir auch kurz, Prozess. Oh. Ich gebe zu, das war dümmlich. Oh. Okay. Okay. What? Okay. Okay.